In vielen Industrien ist das Lokalisieren von Boxen ein wesentlicher Bestandteil. Boxen. Von nun an kein Problem mehr. Der generische Boxenfinder ermöglicht es Ihnen, Boxen in verschiedensten Größen und ohne Vorwissen zu lokalisieren. Diese Technologie und vieles mehr werde ich Ihnen an einem Live-Beispiel auf unserem Innovation Day am 20. Februar in München zeigen. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Bis zum nächsten Mal.